Das ist die Ostbasis. Das ist die Westbasis. Hier sind die Checkpoints in etwa. Jeweils gelbe Seite, grüne Seite und rote Seite sind grob mal eingezeichnet. Diese Checkpoints, wenn man überquert 400 Meter nördlich, 400 Meter südlich, werden die Informationen weitergegeben. Achtung, feindliche Einheiten im Bereich Blah, Mofa, überhaupt. Gut. Folgendermaßen schaut es aus. Es gibt drei Bereiche, die sind ungefähr so groß. Dort kann irgendwo der dementsprechende Auftrag sein für die Westseite im Einsatzgebiet. Irgendwo innerhalb diesem Bereich kann das Ziel stehen. Er wird dann irgendwann rot blinken und dort müssen wir dann das Ziel suchen und vernichten. Und die dementsprechende Defense-Seite auf der Westseite muss das Zeug hier halt verteidigen. Ihr seht genau, wo das Ziel ist. Wir sehen nur diesen großen Kringel und müssen das Ziel irgendwo da drin suchen. Die Stellungen sind mit Eigenverteidigung in Form von KI schon ausgerüstet. Bei der Artillerie-Luftabwehr und der SCAD sind zwei MG-Schützen am Start. Der Radar hat drei Stinger-Pots und dann gibt es nur noch die zwei Ortschaften. Die werden natürlich durch euch komplett verteidigt. Ihr seht auch dementsprechend das Po-Camp von der Eastseite und das Po-Camp von der Westseite. Das Po-Camp befindet sich natürlich auf der Seite, der auch der Fraktion gehört. Das heißt, die blau schraffierte Markierung zeigt an, dass es eine Todeszone ist für die Leute, denen das Po-Camp gehört. Wer also unterhalb von zehn Meter in diese blau schraffierte Markierung reinläuft, geht hops. Außer es ist einer von der Gegnerseite. Also ich markiere mal. Geht der satt. Der Typ aus der Basis, Fuß dort rein, ist alles gut. Geht der Typ aus dieser Basis hier rein, ist er tot. Check. Durch Selbstmord oder sonst irgendwas, kommt man auch in den Knast. Alles klar? Heißt nicht, respawn drücken, sonst Knast. Genau. Wer aus dem Spiel rausfliegt... Da muss ich auch mal erklären, wie die in den Knast kommen. Wer aus... Das habe ich schon. Oben die Genzähler. Die sind da quasi noch... Äh, weh. Bissung froher. So, wer natürlich meint, äh, zu sagen, oh, ich bin im Knast. Scheiße, jetzt ist mein Rechner kaputt und, äh, Internet und weiß der Geier was. Ich muss mal kurz neu connecten, ne. Keine Angst, er wird danach wieder im Knast sein. Ähm, für Leute, für Leute, die im Knast sind und sagen, oh ja, jetzt müsste ich aber schlafen gehen. Es wäre recht unfair für die Gegenseite. Das heißt, wartet noch ab, bis ihr befreit worden seid. Ihr müsst auf jeden Fall befreit werden, weil, ähm, die, das Team sonst nicht arbeiten kann. Na, die kriegen keinen neuen Auftrag. Also seid so fair und sagt, okay, gut, ich bleib so lange, bis, äh, die Leute mich rausgeholt haben. Und dann kann ich hängen. Das ist nur fair, den Leuten gegenüber, die sich die Mühe gemacht haben, die Leute auch festzunehmen. Gut. Du musst noch sagen, äh, wenn du gefangen genommen worden bist, sieht der Gegner, wo die Stellungen sind. Das, äh, wissen die schon. Ich hab ja heute Morgen schon, oder, was weiß ich, heute Morgen, heute Nachmittag schon umschrieben. War ne, ist aufschrieben. Gut. Any questions? Oh, negativ. Stell fest, keine. Dann wünsche ich allen einen, ja, ein schönes Spiel. Haut rein. Ähm, und, Tete, ich hoffe, du hast deinen Fraps schon am Start. Menü, Scan, Lock, und darunter die Pfeiltasten. Genau. Was kannst du machen mit der? So, und da kannst du jetzt mit der Pfeiltaste hoch, du bist jetzt auf, äh, 21. Abend. Abend. Wo ist Tete? Ja. Wo bist du mit? Ja. Sitzt du im Kreis? Ja. Hast du? Äh, gut. Äh, freu euch das, äh, 148er UH, V oder das VH? User joined your channel. Tete, hast du? Äh, ich bin mir nicht so sicher. Da ist jetzt Channel 4, 5, 6, muss ich da jetzt 40 mal draufklicken. Na gut. Äh, scheiße. Okay, alle aufgesessen, kann losgehen. Ähm, Jungs, äh, ackert nicht so lange an dem, an dem Ziel rum. Äh, sprich, äh, haltet euch nicht mit ewiger Ausklärung aus. Seht zu, dass ihr so schnell wie möglich an die Stadt rankommt. Ja. Äh, von der Vorgehensweise, wenn wir gelandet sind, ähm, denk ich mal, gehen wir in den Teams, äh, getrennt vor. Ich geh mit Breaker mehr, äh, von Süden rein und, ähm, Shogun und Ska sollten versuchen, eher von Westen reinzukommen. User joined your channel. Check. Alle raus. Okay, alle raus. Also, ich mach mich auf den Weg, auf den Berg. Sehr. Neu. Da vorne liegt es schon. Okay, jetzt sind wir im gegnerischen Bereich. Bist du da? Versteck dich hinter einem Baum. Ja. Und, äh, wir gehen jetzt immer schrittweise vor. Das heißt, einer geht vor bis zur nächsten Deckung und gibt dem anderen dann Deck und der andere gibt Deckung. Okay? Ja, okay. Schogun und Ska ausgefallen durch Silent Sniper. Okay. 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 Mikrofon muted Zieh hoch auf 60 Raus, raus, raus Ok, wir versuchen jetzt zu Iron Road fortzunehmen Ich habe keine Sicht drauf, Iron Road Iron Road im Einkaufsladen, direkt vorne, hinter der Scheibe, sitzt noch einer, der hat mich direkt erwischt, wo ich da reingehen wollte Check, ich gleite langsam in die Stadt Nicht, dass du ausrutscht Jungs, soll ich mal als Ablenkung rauchschmeißen in eine andere Richtung? Ähm, ich weiß nicht, ich sehe gerade gar nicht, wo Iron lang läuft Ah, hinter dem, hinter dem, äh, Zaun Okay, wir gleiten auch von der Stadt Kommt an diesem Zaun lang runtergeglitten, da kommt ihr bis in die Stadt Äh, klar T-T-T, ja Check Kaufhaus, Kaufhaus ist frei Ich gleite vor bis unter die Tannen T-T, ich bin hinter dir Ok Wir bleiben hier drinnen unter den Bäumen, in der, in der Zone Bewachst du den rechten, ähm, den rechten roten Haus und nicht das linke Helikopter, Helikopter Super, wir haben Überzahl Hier bleiben Abspringer, soll ich schießen? Ja, wenn Warte, 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 warte Eilenhohe, kannst du den wegsnipern? Negativ, ist hinterm Haus gelandet Ist hinterm Haus gelandet Check Was ist? Ich decke deinen Rücken Ok Hier liegen bleiben, bitte Wir bleiben hier so lange liegen, bis sie runtergezählt haben Ja, aber, hm Aber jetzt brauchen wir einen mehr Check Die zwei, drei, die Einheiten, wir sind bereichert haben, bis sie pro Ende Die zwei, drei, die Einheiten, wir sind bereichert haben, bis sie pro Ende Check Check Shogun, einfach Position halten, Kopfhund nicht nach Feind suche, einfach verstecken und Position halten, dass wir wieder da sind Alle drin Breaker, das gleiche gilt für dich, bleib unterm Baum liegen, bewege dich nicht und lass dich nicht sehen, bitte, nicht auf Feinde schießen Okay Okay, erkannt, komm fort zur Straße Richtung, äh, Labuscar City Und wir fahren in die Stadt rein und bis nach Norden durch Los geht's User disconnected from your channel Auf geht's! Go, 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 go! Fein, rechte Seite Straße! Hauptstraße, ich mich gesichert! Ich leg deinen DM9 ab, ja? Mach das! TD, kümmere dich um SCAR! Ich seh es aber nicht wo! Drehe ich einfach auf meine Position! Ja, ich seh dich nicht! Jo, ich seh dich! Fahrzeug, Fahrzeug hinter uns! Ich bin neben dir! Krieg ich sicher die Straße! Ich hab meine Waffen verloren! Jo, dann bleib liegen! Nicht bewegen! Mhm! Pass auf, ich leg sie dir hier wieder hin! Hast du meine anderen Waffen genommen? Nein, du bist verletzt! Ich hau ab! Ich lenke sie ab! Ich bin tot! Ah ne, ich werd gefangen genommen! Gegner kommt! Oh! Gerne! Blö, du bist weg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ich komme zum Tee, wo bist du? Hier, hier, unter dem Baum Ja, hier, unter dem Baum Kannst du laufen, oder? Ich kann laufen, aber ich habe keine Munition mehr Hast du eine Seitenwaffe dabei, eine Pistole? Nein Okay Komm einfach zum Auto, der Tank ist down, ich habe ihn kaputt gemacht Äh, was heißt zum Auto? Ja Haben wir die Stadt gewonnen, oder was? Ja, wir haben die Stadt gewonnen und ich habe den Tank down gemacht Ah, super, Aktion, fantastisch Guck, siehst du die Flammen nicht? Jaja, ich habe es gehört, aber ich war in der Gefangenehme-Perspektive Okay, dann gehen wir zum Auto und fahren zurück Ja Ja Äh, Ska, was hast du für eine Waffe? Also, eine Sekundärwaffe Ich habe, äh, große Funkgeräte und eine... Achso, okay Gut, äh, sehr schön Äh, der... Nee, ich habe eine mit Skop Hat jemand eine Maw? Ja, check, Schwunmaw Äh, okay, schon gut Ich habe noch eine Maw dabei Eine Waffe, also eine Munition Äh, Meg weiter nach Südosten Einfach durchfliegen, durchfliegen, durchfliegen Mikrofon muted Okay, oh, wir springen ab, wir springen Oh, es hat... Mikrofon activated Ja, auf точke 0, 4, 9, 0, 5, 3 Okay, wir haben direkte Sicht auf, äh, den Radar Kommt mal zu meiner Position Von hier aus kannst du super schießen mit der Maw TTT hier Alles klar Also gegenüberliegender Wald scheint sauber Kann ich nichts erkennen Okay, dann versuche ich mal zur Fabrik zu sprinten Während die anderen noch kommen Und dann, äh... Wir kommen mit dem Siegflösch im Wald Nicht erschrecken Und dann versuche ich vielleicht mit der Satchel ranzukommen Wenn die Maw fehlschlägt Ja, ich würde es auch mit der... Ich würde es auch mit der Satchel versuchen Aber wenn du verletzt bist, die hören dich ja sofort Hab dich nicht verstanden Nee, du warst noch nicht gemacht Ja, ich bin verletzt Aber was soll's Ich meine, mehr als probieren kann man es ja nicht Ja, das stimmt Also ich lauf mal los Vielleicht siehst du ja einen Wenn ich ausgeschaltet werde Ah, so check Ah Ah, so check Achtung, ich werde beschossen vom gegenüberliegenden Hang. TTT ist vor Ort und legt eine Satchel. Pass auf, TTT, da müsste noch eine zweite KI sein. Wir sind auch jetzt gleich da. Wir können mit der Moor wirken. Ja, TTT ist schon... 30 Sekunden. Mikrofon muted. Okay. So, von hier aus hast du Sicht direkt aufs Radar. Komm mal her. Hier hinter dem Baum. A und O, wir haben Sicht aufs Radar. Okay, komm mal in Position und Feuer. Du musst genau... Nee, du hättest höher treffen müssen. Höher treffen? Das war der Boden. Oh, verdammt. Man muss... Hast du keinen Schuss? Nee, ich hab nur einen Schuss. Oh, nein! Die haben wir überhaupt nicht getroffen. Ich weiß nicht, wir haben keine Emulsion mehr. Ah, du hast keinen Schuss dabei? Ich hab dir hingelegt. Versuchen den nächsten Schuss. Aber ansonsten leg mir das Ding hin, dann schieß ich. Pass auf. Pass auf. Plus oben... Sag mir mal das erste Ding oben. Wie, das erste Ding oben? Oben ist... Plus, Minus. So, zwischen Plus und Minus. Ja. Ich feuere auf das Radar selbst, nicht auf den Boden jetzt. Da geht einer von den Gegnern. Volltreffer. Volltreffer ist nicht zerstört. Zerstört. Negativ. Ein Gegner war direkt an dem Radar. Hast du eine Setschel dabei? Ist hinter dem Sto... äh... Stromarregat. Ja, hab ich. Dann leg's mir hin, dann versuch ich nochmal zwei Setschels zu legen. Dann kannst du mit der PSO überwachen und, äh... Vielleicht schaff ich's hier. Ja, warte. Pass auf, ich geh hier links an die Mauer. Da war Ironhaw auch. Arm verstanden, haben wir jetzt zwei Setschels. Ich lauf los. Fahrzeug. Bleib ich noch stehen. Soll ich vor oder soll ich auf das Fahrzeug warten? Lass mal warten. Da läuft einer zum... zur Bar... zum... zum... äh... Dingens hin von Osten. Jo, ich hab den Linebacker. Hab M6. Verstanden. Positioniert sich nördlich, oben auf dem Hügel vom Ziel. Positioniert sich nördlich, nördöstlich, oben auf dem Hügel vom Ziel. Helikopter kommt rein. Feier öffnen, oder wenn sie abspringen. Kontakt. 1, 1, 3, 0, 7, 4, verastet sich nördlich, auf dem Hügel vom Ziel. 1, 1, 3, 0, 7, 4, verastet sich nördlich, auf dem Hügel vom Ziel. Helikopter kommt. Oh, drei Absprünge. Ich lauf los. Bs deleting von der Filter? Telefon f AFITX MGHI Ich Brigno gem pretty. sixty. Ich schluss. Ver towels ist es ebenso. Ichberg die Luft auf dem, Klai schluss... erfolgreich arriver.